Jo Leute, das ist ein ganz kleines Infovideo. Ich verkaufe jetzt ein paar Sachen auf Ebay von meinem alten Equipment. Und zwar einmal hier meine Tastatur, mein altes Mikrofon und hier das Sprachstück hier, meine Kamera. Ich werde euch die Ebay-Links unten alle in die Beschreibung packen. Wenn ihr Bock habt, euch da, wenn ihr interessiert an sowas seid, könnt ihr euch das gerne da angucken. Und ja, haut rein, kleines Infovideo, wir sehen uns und ciao!